Maxim ist einzigartig. Maxim ist einfach wundervoll und er ist mit so einer Demut und trotzdem so einer Präsenz dabei und er berührt einfach Menschen. Er ist ein Genie. Neue Biohacking-Übungen, die fand ich richtig super. Da habe ich die Energie sofort gespürt, obwohl ich sogar eigentlich Schlafmangel habe und ich habe immer noch Bock und bin immer noch dabei. Richtig gut. Er ist nicht dieses Massenphänomen und nur auf Business aus und dass die Leute aufstehen und immer tanzen müssen. Hey, hey, ich habe gute Laune. Man muss sich nicht zwingen. Mich persönlich erreicht er emotional sehr gut. Ich liebe diese ganzen Zitate. Er nennt den Grund, warum man bei diesem Seminar mitmacht oder wieso man jetzt die Worte wiederholt, die er sagt. Also man versteht das. Das, was ich besonders, sehr, sehr besonders an ihm finde, ist, dass er dieses historische Wissen mit einbindet. Also ein wandelndes Lexikon. Sehr inspirierend auf jeden Fall der Mann. Es ist sehr schlicht und trotzdem reißt er einen mit. Also Maxime mal im echten Leben zu sehen. Das toucht mich einfach. Das ist wirklich gut. Genialität.